Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo, willkommen zum Tele-Stammtisch, zu einem Spezial-Podcast zum Thema Oscar-Nominierung 2021. Wir schreiben den 15. März während dieser Aufnahme und gerade eben ganz frisch reingekommen sind die Oscar-Nominierungen. Grund genug, dass ich mich darüber ein bisschen unterhalte mit meinen Kollegen. Zum einen der Christopher. Hallo Christopher. Hallo Stu, ich danke dir, ich danke euch allen, ich danke meinem Agenten und ganz besonders Jesus Christus. Ja, gut. Der Dominik ist auch dabei. Moin. So geht das nämlich. Und der Max. Ja, ich bin auch. Genau das Kontrastprogramm zu letztes Jahr bei dem Max. Okay. Um eines klar zu machen, wir werden nicht alle Kategorien jetzt durchgehen, weil wir haben auch Besseres zu tun und seien wir ehrlich, wir haben nicht alle Filme gesehen und von so Sparten wie bester Dokumentarkurzfilme haben überhaupt niemand einer was gesehen. Deswegen fallen die einfach flach. Aber wenn euch das interessiert, ihr könnt im Internet auf mannigfaltig vielen Seiten alle Nominierungen mit einsehen. Und ich würde sagen, wir fangen an mit bester Dokumentarfilm. Und zwar nominiert sind Kollektiv Korruption tötet, Der Maulwurf, Ein Detektiv im Altersheim, Mein Lehrer der Krake, Sommer der Krüppelbewegung und Time. Also ich kann von mir sagen, ich kenne Sommer der Krüppelbewegung, war für mich der beste Film des letzten Jahres, deswegen drücke ich die Daumen. Alle anderen Filme sind mir unbekannt. Mein Lehrer der Krake ist ja eine Netflix-Produktion und dort auch bereits seit einiger Zeit erhältlich. Habt ihr Meinungen zu den Nominierten? Nein. Ja, Sommer der Krüppelbewegung hab ich gesehen. Fand ich ziemlich, ziemlich großartig und es ist schön, dass er hier Wiedererwarten auftaucht. Also bei den Golden Globes ist er übergangen worden, an vielen anderen Stellen auch und jetzt kommt er hier aus dem Nichts und ist eine schöne Überraschung. Zu Mein Lehrer der Krake kann ich leider nichts sagen. Ich hab ihn mir vorgemerkt nach dem extrem euphorischen Jahresrückblick-Segment von dem Kollegen Steven, von Steven Spoilberg. Schöne Grüße. Und zu dem Rest kann ich leider nichts sagen, was mich angeht. Ja, ich würde mir wahrscheinlich gern mal den Detektiv im Altersheim anschauen. Das ist so das Einzige, was ich sagen kann. Ansonsten Lehrer der Krake habe ich gesehen, fand ich gut, sehr gut und Sommer der Krüppelbewegung fand ich überragend. Von dem her kriegt der meine Stimme. Und ich glaube aber tatsächlich, wenn ich so raten müsste, dass es mein Lehrer der Krake wird, weil der hat irgendwie so ein, der ist massentauglicher. Ist das so ein Netflix-Sleeper-Hit so ein bisschen? Ja, und ich glaube, der ist auch so, also er ist halt kein politischer Film. Das ist Sommer der Krüppelbewegung, ist ein politischer Film. Ja, aber mein Lehrer der Krake ist irgendwie so ein, ich weiß nicht, der passt auch gut in dieses Jahr irgendwie rein. Der hat so eine meditative Ruhe in sich und er hat so eine Weisheit irgendwie. Ja, ich habe nichts davon gesehen, aber ich erinnere mich daran, dass man bei Kino Plus auch ohne Ende von dem geschwärmt hat. Ja, und ich habe eigentlich nur Leute schwer benutzen von dem Film, von dem her. Der hat halt eine der seltenen Qualitäten von dem, was ich so gehört habe, eine Dokumentation, die einen auch emotional wirklich berührt und nicht nur informiert. Ja gut, da ist dann... Der Sieg praktisch und dann guckte Crip Camp an, also, ne? Also, Dominik, Max und ich sind, glaube ich, Team Crip Camp, so ist der Originaltitel von Sommer der Krüppelbewegung, aber ich glaube, ein Dokumentarfilm ist echt schwierig abzuschätzen. Ich gebe trotzdem einen Tipp ab, ich nehme Krake, ich mache mir jetzt mal eine Liste und schaue, wie viel ich richtig habe. Kannst du für mich auch aufschreiben? Warte mal, da muss ich... Oh Gott, Max Krake, jetzt wird es schwierig. Stu... Tragen, Max. Ich sage Crip Camp. Aber es könnte auch sein, wenn man jetzt so überlegt, Crip Camp dürften doch relativ viele gesehen haben, weil der ja sogar kostenlos auf Netflix ist, ne? Ja, Lehrer der Krake. Nee, er war... Auf YouTube. Auf YouTube. Wobei, wenn ich mich recht erinnere, zumindest in Deutschland hat er nie die ominöse Top Ten erreicht und ich glaube, mein Lehrer der Krake hatte durchaus so einen kleineren Bass. Also, würde ich schon behaupten wollen, dass zumindest in Deutschland Crip Camp nicht so bekannt ist wie mein Lehrer der Krake. Außerdem wurde Crip Camp ja bei Steven Spoilberg nicht promotet, deswegen. Eben. Gut, kommen wir mal von den Dokumentarfilmen hin zu etwas, was wirklich wichtig ist und was uns... uns vier Männer auch absolut interessiert, nämlich bestes Make-up und Hairstyling. Oh ja. Nominiert sind Emma, Hillbilly Allergy, Ma Rainey's Black Bottom, Mank und Pinocchio mit Roberto Benigni. Kleiner Hinweis, Pinocchio gibt es schon in Deutschland zu sehen, der ist nämlich hierzulande letztes Jahr, ja, ziemlich plötzlich auf DVD und Blu-ray erschienen. Hm. Gut, äh, ich will ehrlich sagen, ich kenne mich mit Make-up und Hairstyling nicht aus, ähm, ich weiß, es ist sehr wichtig, ich weiß, es ist eine Menge Arbeit, aber ich hab da ehrlich gesagt keinen Favoriten. Äh, ich sag einfach mal Ma Rainey's Black Bottom. Hätte ich jetzt auch gesagt, also soll ich dir den geben? Ja. Okay, bei mir auch, Ma Rainey. Ja, da darf man, man muss ja immer darauf achten, in der Kategorie haben schon so einige Rohrkrepierer gewonnen, weil sie einfach gutes Make-up hatten. Ich meine, hat in der Kategorie nicht Suicide Squad gewonnen? Ja, ja, ja. Also, kann man hier, wenn man bedenkt, wie sie in dem Film Glenn Close zurechtgerichtet haben, tatsächlich damit rechnen, dass, äh, das Meisterwerk schlechthin Hillbilly Elegy gewinnen könnte. Ja, aber es ist wie, sie sagen ja immer, äh, wer gewinnt Make-up und Hairstyling und dann sagen immer alle, es sind die Prosthetics, also. Ja, exakt. Ja, aber diesmal sollen's Ma Rainey's Black Bottom, finde ich, auch gerechtfertigt. Warum? Weil da schaut alles so aus, als wäre der Schweiß von ganz, wo sind sie, Louisiana, wird ihnen auf den, auf der Haut liegen und die sehen alle so fettig aus und so, so ranzig und das sieht echt gut aus. Na, Menk, Menk ist wahrscheinlich einfach in der Liste, weil, naja, das ist natürlich sehr zeitgenössisch geprägt, ne. Also, wenn man jetzt zum Beispiel an das Aussehen von Amanda Seyfried denkt, auch an die, an die Frisur und solche Geschichten. Aber das ist letzten Endes auch eigentlich immer Imitation von irgendwas, was da war. Deshalb finde ich das eigentlich immer sehr spannend, wenn da, äh, Sachen auftauchen aus dem, aus dem Fantasy-Bereich oder, ja, tatsächlich auch aus sowas wie einer Comic-Verfilmung. Aber das ist ja dieses Jahr nicht möglich. Also, sagen wir mal zwischen Ma Rainey's Black Bottom und, äh, Hillbilly Elegy, wird es sich wohl entscheiden. Ja, es, es könnte wirklich Hillbilly Elegy werden, ne. Also, so sehr mich das aus Schmerz und so beschissen ich den Film finde. Ja, jetzt warten wir mal, sowas Besonderes waren diese Glen Close nicht. Die, 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 eigentlich im Prinzip haben's die bloß vorher einmal immer in, in, keine Ahnung, in so einen Faradayischen Käfig reingestellt und die Tür aufmacht. Und dann, die haben ja einfach gesagt, äh, Glen, wer der Dreharbeiten ist, äh, Casual Friday die ganze Zeit. Aber jetzt, jetzt, jetzt nimmt auch nicht alles vorweg, weil zu Glen Close kommen wir ja noch. Das ist ja wirklich ein Kuriosum, was es nicht so alle paar Jahre gibt. Ja, aber auch, wie andere dahergerichtet wurden. Ich meine, es ist, es braucht schon auch ein bisschen Aufwand, um, äh, Amy Adams wie eine Dorfpomeranze aussehen zu lassen. Die Frau hat normalerweise auch viel Klasse. Ja, wie gesagt, neun Monate nicht duschen. Ich glaub wirklich, ach Gott, ich tipp jetzt voll auf Hillbilly Elegy. Ich glaub jetzt fest daran. Okay. Dann kommen wir zum besten Kostüm. Da gibt's auch ein paar Titel, die haben wir jetzt auch schon gehört. Und zwar nominiert sind wieder Emma, Ma Rainey's Black Bottom, Manc, äh, Mulan und Pinocchio erneut. Ähm, ja, es ist ... Ma Rainey's Black Bottom. Ja, ich auch, ich sag auch. Ich glaube, dass Ma Rainey's Black Bottom einige Oscars bekommen wird. Ich glaube, dass er einen Haupt-Oscar bekommen wird, dazu später gleich. Und ansonsten, glaub ich, eins, zwei halt von den Nebenkategorien. Hm, aber unterschätzt ihr da nicht vielleicht ein bisschen ... Also, ich mein, gut, über den Film selber kann man auch streiten, aber Mulan war in Sachen Kostümen der absolute Wahnsinn. Und Emma ist so ein Selbstläufer tatsächlich in der Kategorie, ne? Ja. Ja. Ich hab ... Genau wie bei Hairstyling und Make-up. Da hat man ... Ich hab das Gefühl, man hat Emma da reingestopft, um halt, wenn man noch einen Platz übrig hatte. So bietet sich dafür an, aber es sieht jetzt wirklich nicht spektakulär aus. Also, bei den Kostümen nehm ich Emma jetzt, komm. Ich muss sehen. Ihr verdammten Mitläufer. Ich bleib bei Ma Rainey's Black Bottom. Ich will auch ehrlich sein, egal, wer gewinnt, ich glaube, der Gewinn ist gerechtfertigt. Also, da gibt's jetzt keinen Film, wo ich sagen würde, ich ärgere mich, wenn er gewinnt, bei den Kostümen. Und dann gewinnt Pinocchio. Von mir aus. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich hab ihn auch nicht gesehen. Von daher würde ich sagen, kommen wir mal zu was Interessanterem. Nämlich Beste Spezialeffekte. Ui! Ja. Und unglaublich. Es hat sich in dieser Kategorie ein Kinofilm verirrt. Fängt mit T an und hört mit T auf. Nominiert sind der einzig wahre Ivan, Disney Plus Exclusive, Love and Monsters, Paramount Plus Exclusive, The Midnight Sky, Netflix Exclusive, Mulan, Disney Plus Exclusive, Tenet, Christopher Nolan Exclusive. Und HBO Max. Mulan hatte immerhin Pressevorführungen. Ja, das stimmt, das stimmt. Die wir beinahe besucht hätten. Und der einzig wahre Ivan sollte ursprünglich auch mal ins Kino kommen und Love and Monsters jedenfalls, ja. Ja, jetzt muss man ja Folgendes sagen. Alle fünf Filme hier haben jetzt keine schlechten Effekte. Das sieht alles gut aus, aber hier von diesen fünf, sage ich mal, sind drei dabei. Die wären nicht nominiert worden, wenn die Studios in der Lage gewesen wären, die großen Kanonen auszupacken letztes Jahr. Ja, ja, ja. Und dazu gehört Love and Monsters, The One and Only Ivan und The Midnight Sky. Die sind halt hier, weil, ja, holt die Ersatzmannschaft von der Bank, die Hauptmannschaft hat eine Lebensmittelvergabe. Ja, es ist wirklich so ein bisschen, also ich will jetzt gar nicht in Abrede stellen, dass die gute visuelle Effekte haben, aber es ist so ein bisschen so die B-Auswahl, was das angeht. Okay, der einzig wahre Ivan ist zwar eigentlich auch ein Kinofilm, Mulan auch, aber Midnight Sky und Love and Monsters wären hier, glaube ich, sonst nicht drin, würde ich sagen. Aber wir haben, ja, wir haben keinen Dune und auch keinen Marvel-Blockbuster irgendwas und das ist, also in der Kategorie merkt man am deutlichsten, dass wir halt Blockbuster-Armut haben, ne? Weil The One and Only Ivan, ich hab ihn ja gesehen, sprechende Tiere, die echt aussehen, das ist nun wirklich nichts Besonderes mehr. Das hat man jetzt unzählige Male gesehen und, ähm, gerade eben von Disney und hier, das, ähm, das ist in keinster Weise in irgendeiner Weise herausragend. Hätten sie auch Doolittle. Oh, der, der ist bei der Himbeere. Ja, das haben sie sich dann verkniffen. Aber, äh, Christopher, als einer der wenigen auf der Welt, die überhaupt den einzig wahren Ivan gesehen haben, äh, äh, kann man ja gerne in die Besprechung reinhören mit dir und egal wem, ähm, und, äh. Egal wem. Oh, hauptsache der Christoph. Nee, mit, 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 ja, mit wem hast du denn besprochen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Mit Werner. Mit Werner, gut. Dann schöne Grüße an den Kollegen, äh, wir hören uns in einem anderen Cast. Ähm, äh, sag doch mal, also, also, ist, ist für dich auch nix irgendwie herausragendes da geblieben in Sachen Effekt? Nein, nein. Also, die, die, die Tiere sehen, äh, nicht comicartig aus, sie bewegen halt nicht so ihre Münder, während sie sprechen. Also, es sieht eigentlich ein bisschen aus wie beim Lion King Remake. Ja. So. Okay, ja. Ja, aber es ist halt, ja gut, die, die Tiere hier haben deutlich mehr Persönlichkeit als im Lion King Remake. Aber wie gesagt, ich, ich, also, ich, ich glaube, bei der Kategorie ist die erste, wo wir uns, glaube ich, äh, einig sein können, das wird Tenet machen. Ja. Ich glaube auch, dass es Tenet ist und ich glaube gar nicht mal so sehr, weil, äh, er besser ist in Spezialeffekten, sondern vielleicht einfach, weil sie auch ein Zeichen setzen wollen, wir, wir geben auch Kinofilme einen Preis dieses Jahr. Ja, wir können so einen Mulan nehmen, aber, ja, ja gut, Mulan ist für die meisten einfach halt gefühlt trotzdem kein Kinofilm. Aber Tenet, da ist es ähnlich wie bei, wie bei Inception damals, ne, der hat ja auch beste Effekte bekommen. Ja, aber Tenet, glaube ich, das wird so ein Sympathiepreis von wegen, du warst der Einzige, der in diesem Sommer mutig genug war, sich nach vorne zu trauen und zu sagen, mach die Kinos auf. Ja. Und du hast dafür ein paar aufs Maul bekommen, das tut uns leid, deswegen hier, hasse den Jungen. Max wollte noch was sagen. Was, ja, ich wollte eigentlich nur fragen, ob beim Lion King auch Profis mitspielen. Profis? Profis? Was meinst du? Das war ein Rohrkrepierer. So. Der Nächste. Eine Aufnahme im Lion King, die eben vor der Eröffnungsszene ist, echt, aber das gehört jetzt nicht hier hin. So, also, jetzt kommen wir zu bestes Produktionsdesign. Da sind nominiert The Farber, Ma Rainey's Black Bottom, Mank, Neues aus der Welt und unser Freund Tenet. Tja, Dominik. Da sage ich jetzt aber mal Mank als erstes. Ich wollte, es war gerade so eine Stille, deswegen dachte ich, ich spreche dich direkt an und da kam Christoph vor. Ja. Wie ich das so gerne immer mache. Ich sage, ich sage Mank hier in dem Falle. Weil, gut, in dem Falle ist das Schwarz-Weiß fast vielleicht schon ein bisschen hinderlich, weil wenn der Film in Farbe wäre, könnte man vielleicht die Ausstattung mehr zu schätzen wissen, wie treffsicher sie hier die späten 30er, frühen 40er Jahre eingefangen haben. Aber ich sage Mank. Ja, so ausgehend von den letzten Jahrgängen. Ich weiß nicht, ich glaube, Once Upon a Time in Hollywood hat, glaube ich, auch bestes Produktionsdesign bekommen damals, ne? Bei Mank ist es bei mir gerade ein bisschen komisch, weil, also das ist ja so ein Film, der feiert auch so ein bisschen Hollywood, ja? Mhm. Das mag die Academy sehr gerne, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Mank der diesjährige Irishman wird. Ja, wird es auch. Oh, nein. Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Nein, glaube ich nicht. Ein oder zwei Kategorien bekommt der, das wird nicht der diesjährige Irishman. Er hat die einzige Kategorie, die er am meisten verdient hätte, ist er nicht mehr nominiert, aber da kommen wir später zu. Ja, aber du hattest es schon erwähnt, es ist ein Film übers Filmemachen und die Academy liebt das. Der wird nicht komplett leer aussehen. Und es ist ein Film, der nicht nur, es ist nicht nur ein Film übers Filmemachen, sondern es ist auch einer, der das alte Hollywood zeigt. Also, das ist der, wobei die anderen auch, also, ja gut, Tenet. Also, Tenet wird es nicht. Das ist wieder so ein typischer, ich spiele 70 Prozent in irgendwelchen Fabrikhallen oder sowas. Das ist kein großes Produktionsdesign. Ja, nein. Ma Rainey oder Mank. Ich sage Ma Rainey. Die sind am besten hergerichtet. Ich gehe, glaube ich, auch mit Ma Rainey. Wundert sich keiner über die Nominierung von The Father, weil der spielt ja die ganze Zeit nur in dieser Wohnung. Ja, da wundere ich mich. Also, wie unglaublich, wie unglaublich schick muss diese Wohnung eingerichtet sein? Die hat Olivia Colman persönlich eingerichtet. Die kriegt dann auch den Oscar und sagt, ja, hat die nicht verdient, das ist meiner, sagt sie. Ja, aus dem Homeoffice zugeschaltet dann. Ja, so, Entschuldigung. Also, Stu geht mit Ma Rainey, Chris geht mit Mank. Ich auch. Okay. Okay. Bester Sound. Und das ist neu. Es wurde Soundediting und Soundmixing, glaube ich, waren es jetzt zusammengelegt. Ja. Das ist nett. Das ist schön. Und nominiert. Macht es einfacher. Ja. Ja, auch für die Leute, die daran beteiligt sind. Und nominiert sind Greyhound, Schlacht im Atlantik, Mank, Neues aus der Welt, Soul oder Sound of Metal. Greyhound ist bei Apple Plus. Die haben sie ja gekauft, glaube ich, von Sony. Und auch in dieser Kategorie befindet sich kein einziger Kinofilm. Und um das gleich vorweg zu stellen, und ich glaube, da ist Max meiner Meinung, also der verdiente Gewinner wäre Sound of Metal. Da gibt es für mich nur, das ist eben das, was du denkst bei dem Namen. Aber genau der andere, genau das andere ist der Grund, warum er den verdienen sollte. Weil der Film einfach still ist. Ja, also Sound of Metal eher ein großartiger Film, dazu später vielleicht mehr. Ich finde, er hätte ihn verdient. Ich habe alle Filme gesehen. Nur ob er es wirklich bekommt, weiß ich nicht. Ja, muss dich jetzt entscheiden. Von mir kriegt es. Den einzigen Film, wo ich sage, glaube ich nicht, ist Neues aus der Welt. Ja, ja, ja. Aber ja, mein Herz schlägt mit Sound of Metal, einer der besten Filme des letzten Jahres, halt mit Crip Camp. Und deswegen gehe ich auch, also ja, ich nehme Sound of Metal. Und jetzt, da dürfen gerne noch Christopher und Dominik sagen, was sie bevorzugen. Ja, du sagst, es ist einer der besten Filme des Jahres. Ich werde ihn noch nachholen, habe ihn noch nicht gesehen. Nur wir müssen jetzt hier nun mal nach dem Sound gehen. Und ich habe ihn ja auch nicht gesehen, weil nur für einen Film, auf den ich Bock habe, hole ich mir kein Apple-Plus-Abo, auch nicht irgendwie zum Testen. Aber also bei Greyhound, das soll schon ziemlich scheppern so, wenn die Kanonen schießen und die Schiffe aufeinander losgehen. Ja, das tun typischer Kandidat. Das tun uns auch. Aber wie gesagt, Sound of Metal benutzt seinen Sound halt ganz anders. Da ist der Sound ein Darsteller. Ja, ich glaube, Greyhound hätte den Oscar-bekommen-besser-Sound, wenn Tom Hanks persönlich den Sound gemacht hätte. Das ist aber nicht der Fall. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß. Der macht mit Olivia Colman zusammen. Mit Mundorgeln machen die die Kanonen-Sounds. Und dann wird es hochgepäht. Also ich habe weder Greyhound noch Sound of Metal gesehen. Dafür alle anderen drei in der Kategorie. Und da weiß ich, die werden alle nicht gewinnen. Darum sage ich jetzt einfach Greyhound, weil der macht viel. Boom, boom. Ja, aber das ist irgendwie gut. Es ist naheliegend. Und ich meine, solche Filme finden sich meist in der Kategorie wieder. Oder siehe, weiß ich nicht, American Sniper oder was auch immer in den letzten Jahren. Ja, Sound of Metal habe ich noch nicht gesehen. Aber der scheint ja tatsächlich auch Sounddesign technisch interessant zu sein. Wie magst du uns das jetzt sagen? Das Ding ist, wir können jetzt davon erzählen. Aber wenn du es gesehen hast, wirst du erst wissen, was wir meinen. Okay. Weil das ist, ich würde es fast sogar Visionär nennen. Oder sagen wir, ja doch, doch ist es irgendwie. Okay. Dann hole ich den als erstes nach von denen. Und wenn man jetzt auch mal überlegt, ich meine, was hat zuletzt so was wie Bohemian Rhapsody hat zum Beispiel auch Sound bekommen. Darf man nicht vergessen. Ich möchte hier noch anmerken, Sound of Metal könnt ihr bei Amazon Prime gucken. Ja. Ja. Also bei Prime. Bei Prime. Ohne Ausleihgebung. Genau, genau. Hinweis, als er erschienen ist bei Prime, das war im Dezember letzten Jahres, gab es ein Problem wohl mit der deutschen Tonspur. Ich weiß nicht, ob die behoben ist. Die waren nämlich ziemlich asynchron. Also wenn da irgendwie Fehler sind, dann wechsel lieber. Beschwerden an Amazon und nicht anst du und mich. Genau. Gut. An Olivia Colman. An Olivia Colman. Die kann das nicht. Okay. Die kann nur Kostüme. Nee. Und nur Kostüme tragen. Und Wohnungen einrichten. Okay. Zunächst eine Kategorie. Eine Kategorie, die ich eigentlich auslassen wollte, bis ich angesehen habe, was da nominiert ist. Denn eine Sache sticht da schon sehr deutlich hervor. Es geht um die besten Filmsongs. Nominiert sind Fight For You aus Judas and the Black Messiah. Hear My Voice von The Trial of Chicago 7. Husavik von Eurovision Song Contest. The Story of Fire Saga. Ja, ja. Ding Dong. Ja, IOC. Leider nicht. Oh, ich jetzt. IOC von Du hast dein Leben vor dir und Speak Now, One Night in Miami. Ja, ganz ehrlich, mir ist es egal, wer gewinnt. Ich habe keinen der Songs wirklich im Ohr oder jemals richtig gehört, außer halt eben den Husavik von Eurovision Song Contest. Aber eine Frage ist natürlich relevant. Warum nicht Ja, ja, Ding Dong? Ja, habe ich gerade schon gesagt. Also, wenn wir uns die Historie dieser Kategorie ansehen, dann müssen wir ja nun mal leider sagen, da gewinnt häufig das Langweiligste und Offensichtlichste. Der einzige Song, den ich im Ohr habe, ist Hear My Voice von Trial of the Chicago 7 und das ist eine echte Einschläferballade. Ähm, ich sage jetzt einfach mal Fight for You, weil relevant und wichtig und so. Ich sage, äh, Üstavik, weil ich den tatsächlich wirklich im Ohr habe und der eigentlich auch, also, der hat das nötige Pathos für einen Oscars Song. Äh, ich enthalte mich da komplett, weil es ist mir ehrlich gesagt vollkommen schluppe. Ich habe da keinen... Ja, man merkt hier einiges. Es fehlt hier in dieser Kategorie wie nirgendwo sonst ein Disney-Film. Weil das ist normalerweise eine typische Disney-Kategorie. Dabei gab es doch der Abspann-Song von Mulan, war der nicht sogar von Christina Aguilera? Ja, und damit hast du ja auch selbst erklärt, warum es nicht dominiert wurde. Ja, und ach ja, und ach ja, einen Bond-Song kann es ja auch nicht geben, auch wenn Billy eine Staffel inzwischen in Grammy bekommen hat. Hatte Soul nicht irgendeinen Titelsong? Nee. Der hätte sich doch angeboten. Nein, 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 der hatte nur die Musik von, von Dings, von, äh, Trent Reznor. Wozu wir jetzt kommen? Ja, genau. Äh, außer Max will noch was für Songs sagen, aber... Ja, also nein. Okay, kommen wir zur besten Filmmusik. Nominiert sind The Five Bloods, Mank, Minari, Neues aus der Welt und Soul. Und was mir da echt, äh, also wirklich auffällt, The Five Bloods, der wurde komplett übergangen. Also, das find ich schon ziemlich krass, dass der halt nur einmal nominiert ist für Musik. Das sei mal hier erwähnt. Spike Lee ist halt kein Obersympath. Ich wundere mich... Ja, aber, äh, äh, hier Black Lance Man, weil er ist ja mit ordentlichen Nominierungen bedacht worden. Wahrscheinlich deswegen. Mich wundert's, ehrlich gesagt, dass der hier auftaucht, weil ich hatte den jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich hab vorhin mal reingehört. Der Roy Lindo hätte ich den, ich hätte eigentlich, aber ja, ist wurscht. Also, pass auf, ich kürze es ab. Ich nehm Minari, weil den hab ich noch nicht gesehen. Die guckt mir morgen an. Äh, und, äh, dann darf Max was sagen. Und dann dürfen gerne Christopher und Dominik fünf Minuten lang hier, äh, Filmmusik rumnürden. Also, ja, dann mein Ding. Du, aber du sagst Minari. Ja. Ich sag Mank. Warum? Weil ich das nämlich unglaublich geil finde, dass dieser Soundtrack von, äh, Reznor Ross ist und klingt, als wär's von den Comedian Harmonists. Aber hat Nein in Schnell sich früher auch dieses ein Lied gesungen? Äh, ja, ja. Er hat das mit dem Kaktus. Ja, ja, ja. Gut, Christopher Dornik. It hurts, it hurts, it hurts. Äh, äh, Soul. Soul, eindeutig, ja. Es ist ein Film über Musik, mit Musik, über Musik und die Musik kommt einem da zu den Ohren raus. Und es ist vor allen Dingen schöne Musik und, ja, Soul. Kommt da auch Musik drin oder bei Soul? Ich find's, ja, ich find's für sich genommen erstmal bemerkenswert, dass sowohl Soul als auch Mank, äh, auf, äh, Reznor, äh, Reznor und Ross zurückgehen. Äh, um die vielleicht nur drei andere Filme gemacht, dann könnten wir die Kategorie beschließen. Und die, 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 äh, dass die beide damit eigentlich auch mal eine andere Seite von sich zeigen, äh, die sogar der Kollege Lasse mag. Herzliche Grüße. Ähm, Neues aus der Welt fand ich allerdings auch ziemlich toll von James Newton Howard. Äh, der Five-Platz, wundere ich mich, dass er hier auftaucht. Äh, wen ich hier vermesse, äh, ver, äh, vermesse, vermisse ist Tenet von Ludwig Göransson. Äh, aber echt, da hätte man den für, äh, Produktionsdesign weglassen und dem stattdessen die hier geben sollen. Ja, ich mein gut, ob man die jetzt, ob man gut, also ich, ich kann auch verstehen, wenn man die nicht mag, aber die hat auf jeden Fall eine gewisse Wirkung und wirklich einen Impact schon im, im Film gehabt. Also der ist ja wirklich, äh, gerade durch die Musik ist der Film wirklich ein Erdbeben gewesen im Kino. Ob man das jetzt mag oder nicht, aber es ist trotzdem schon beeindruckend gewesen. Und, äh, auch wenn es sich manchmal anhörte wie so ein Hans-Zimmer-Stand-In, was es ja letzten Endes war, äh, fand ich den Soundtrack doch schon sehr, sehr gelungen, wenn auch anders tatsächlich. Wir müssen wohl vermutlich alle den Minari-Soundtrack hören, dann haben wir wahrscheinlich einen großen Aha-Effekt. Das ist jetzt so der Hammer-Soundtrack. Ich hoffe da auch morgen. Ja. Okay, kommen wir mal, äh, zu, wieder vom Ton zum Bild. Bester Schnitt. Nominiert sind The Father, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal und The Trial of the Chicago 7. Ähm. Dominik, dein Favorit, hast du einen? Äh, also ich habe, willst du mich verarschen, ich habe einen einzigen Film gesehen. Ja, ich auch. Und das ist Trial of the Chicago 7, der, der, äh, zugegebenermaßen, da ist mir, das, da erinnere ich mich auch von unserer Review hier, da kann man auch gerne reinhören. Äh, äh, da war eine Szene, die ich echt toll geschnitten fand. Äh, und, äh, die anderen, ja gut, da kann ich halt nichts zu sagen. Also Sound of Metal könnte ich mir vorstellen, dass der vielleicht, äh, ich habe da ein bisschen was von gesehen, das wirkte eindrucksvoll auf mich. Zum Rest kann ich ehrlich gesagt nichts sagen, nur, dass wir jetzt hier zum ersten Mal, äh, endlich dem großen Favoriten dieser Verleihung hier begegnen, nämlich Nomadland, den keine Sau von uns gesehen hat. Weil er doch nicht im Kino läuft, wo gelaufen ist. Kommt, ja. Das ist ja eine sehr spannende Kategorie, denn, das ist ja ein bisschen Oscar-Insider-Wissen, in der Kategorie bester Schnitt entscheidet sich normalerweise immer das Rennen, in den allermeisten Fällen, das Rennen um den Hauptpreis. Also ich glaube, die Mehrheit aller Best-Picture-Winner haben auch bester Schnitt gewonnen, kann man ja mal nachdenken. Gut, äh, Max, schreib bei mir mit dem Nomadland auf. Ja, weil, das ist sehr häufig der Fall, dass das beste Schnitt, wenn das gewinnt, dann, äh, gucken sich alle im Saal schon um, aha, aha, ja, damit ist die Sache wohl schon gelaufen. Ja, wie gesagt, ich habe auch nur Chicago 7 gesehen, keine Ahnung, das wäre vermessen, da jetzt einen Tipp abzugeben. Aber du hattest auch schon einige Jahrgänge, wo, wo, äh, Schnitt irgendwie völlig leer ausging und dann, also ich erinnere nur mal an Spotlight, der, glaube ich, nichts gewonnen hatte und dann bester Film war. Hat er nicht auch bester Schnitt gewonnen? Nein, nein, der hat nur einen, nee, nee, zwei Ostras hat er bekommen, Drehbuch und Film. Es gibt Ausnahmen, aber ich glaube, sehr häufig gewinnt der beste Film auch den. Wir dürfen auch nicht vergessen, es ist hier schon die 93. Verleihung, also, ne. So langsam wissen wir, wie die Nubel läuft, ja. Gut, äh, Max, hast du noch was, äh, beizufügen zu bester Schnitt? Äh, also bitte. Ja, also, ich habe jetzt The Faser nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass sowohl The Faser als auch, äh, The Faser, ich spreche das so aus, als wäre es irgendwie eine Teppichfaser. The Faser, Faser. Da kommt der, da kommt Süddeutschland bei dir durch. Nein, da kommt eben der Nicht-Engländer raus. So, The Faser und Sound of Metal, die, äh, die beide mit ihrem Schnitt mehr oder weniger dazu beitragen, dass man sich so fühlt wie die Person, die die Krankheit hat, um die es in dem Film geht. Jetzt ist es bei Sound of Metal größtenteils so, dass du, ähm, ja, eigentlich wahrscheinlich mehr das Hauptaugenmerk auf das Sounddesign und den Sound-Schnitt hast. Und, ähm, bei The Faser soll es tatsächlich irgendwie so sein, dass du eben mehr oder weniger dann so die, die, die Hopkins-Shell-Demenz mehr oder weniger mitbekommst durch den Schnitt, wie es halt geschnitten ist. Also, es hat auch... Demher würde ich behaupten, dass The Faser, also The Faser kriegt meine Stimme, auch wenn ich ihn nicht gesehen habe. Ich glaube aber, dass The Trial of the Chicago Seven der klassischste Gewinner ist, weil der hat, ist so geschnitten, wie es letztes Jahr beispielsweise Le Mans 66 war. Halt einfach dieses, dieses, diesen, wie man halt Schnitt jetzt jemandem erklären würde, der es lernen müsste. Ja, das ist dieser Typ, das ist dieser typische Fall von Most Editing. Das ist ein Film, wo man den Schnitt halt merkt, weil das ist halt auf dem Papier eine zähe Geschichte und es ist der Schnitt, der dieser Geschichte das Tempo verleiht. Deswegen ist das, hast recht, ein ganz klassischer Fall. Es ist eh, Schnitt ist eh so eine, so eine eigentlich unterschätzte Kategorie, weil da geht es ja nicht nur um Bildabfolgen, sondern auch um Pacing und natürlich an auch, also wo ich jetzt hier, The Father ist ja mit Anthony Hopkins, man denke nur mal an einen Film wie Schweigen der Lämmer. Wie, wie genial der durch den Schnitt ist in einer Szene. Ähm, deshalb sollte man sowas, sowas nicht unterschätzen, auch vom, vom erzählerisch-dramaturgischen Standpunkt her. Ich kann mich hier ehrlich gesagt nicht entscheiden. Wir können natürlich auch nichts sagen zu Promising Young Woman, beispielsweise. Ähm, ja, nee, ich, ich will mich da gar nicht festlegen. Also, ich hab halt nur einen gesehen und der hatte, also der Schnitt ist mir im Gedächtnis geblieben von Trial of the Chicago 7 in einer ganz bestimmten Szene. Ich weiß es aber nicht mehr, gerne in den Cast reinhören. Gut. Dann bleiben wir bei den Bildern. Gibt's da Namen dazu, die waren allesamt keine der letztjährigen üblichen Verdächtigen, oder? Also, ich glaub, Nomadland ist Darius Wolski, oder? Nein. Nee, Darius Wolski ist... James, James irgendwas. Ach, fuck. Eric... Judas and the Black Messiah ist Sean Bobbitt. Mank ist Eric Messerschmidt. News of the World ist Darius Wolski. Nomadland ist Joshua James Richards. Und The Trial of the Chicago 7 ist Pfiden Papa Michael. Genau, den kenn ich nicht. Persönlich. Ich kenn tatsächlich alle Namen, außer den von Nomadland. Ich weiß allerdings, es ist der Lebensgefährte der Regisseurin. Und ich habe mir auch schon sagen lassen, dass Nomadland durchaus begeistert, eben durch seine hypnotische Bildsprache. Deswegen, ich schwanke halt zwischen Mank und Neues aus der Welt. Ach Quatsch, Nomadland, verdammt. Und würde auch sagen, dass ich bei Nomadland bleibe. Ich glaube einfach, dass das der Abräumer wird, der große Gewinnerfilm. So viel seid ihr schon verraten. Ja, wir haben vorhin darüber gesprochen, man merkt in der Effektkategorie, dass hier die großen Blockbuster fehlen. Das merkt man hier in der Kamerakategorie auch. Ja. Weil hier fehlen eben die typischen Namen, die hier immer sind. Kein Emmanuel Lubezki. Kein, äh, wie heißt er nochmal? Deakins. Die Roger Deakins, genau. Du merkst hier auch, die ganz großen Filme fehlen. Aber Sean Bobbitt ist ein Name, also ... Ja klar, Darius Walski auch. Aber du merkst doch, die ganz, ganz großen Namen der Branche fehlen hier. Ja, Darius Walski ist so ein typischer Blockbuster-Kameramann eigentlich. Ich glaube, der ist jetzt auch zum ersten Mal ... Werf mir doch mal bitte in den Film von Walski rein, der sagt mir jetzt gar nichts. Fluch der Karibik. Das ist der Stammkamera-Mann von Ridley Scott seit ein paar Jahren und der hat auch viel mit Gore Verbinski gemacht. So letzte, zum Beispiel A Cure for Wellness, den wir auch untersprochen haben. Ist ein echt toller, äh, immer wieder ... Oder nee, nee, Quatsch, sorry. A Cure for Wellness hat er gar nicht gemacht, das war Bojan Barzelli. Aber Darius Walski ist so ein Kameramann, den holt man sich wirklich ran, wenn man einen Blockbuster drehen will. Und der liefert auch echt ab und ich find's schön, dass er, äh, mal beachtet worden ist. Bei News of the World hatte er schon tolle Aufnahmen. Aber Stu, kann ich mich da schon anschließen, Nomadland, diese, diese kühle, äh, äh, bildgewaltige Schönheit, die man da auch schon auf einigen Bildern sieht von, äh, Francis McDormand, äh, oder aber Manc, äh, der, der sehr eigen ist eben. Sean Bobbitt würde ich's aber auch gönnen, weil, äh, der schon auch oft irgendwie, äh, äh, nicht zum Zuge kam. Okay, er ist jetzt eigentlich zum ersten Mal nominiert, das wundert mich, weil, äh, ich hab seine Arbeit von Twelve Years a Slave noch ziemlich gut im Kopf. Ja, und Erik Messerschmidt ist ja aktuell auch der, äh, Stammkamera-Mann von David Fincher. Genau. Aber noch nicht so lange, ich glaub, er ist seit Mindhunter. Ja, äh, auf jeden Fall, äh, also ich bin für Nomadland, äh, würde mich aber auch jetzt nicht stören, wenn jetzt Judas in den Black Messiah zum Beispiel gewinnt, oder, äh, äh, ja, gut. Ja, aber, aber Nomadland, also ich hab über Nomadland eine kleine, ja, also so ein kleines Special vom Kameramann selbst gesehen, beziehungsweise irgendwie so ein Video-Interview, und, ähm, der hat schon sehr vernünftige Sachen irgendwie erzählt, vor allem wie, wie es halt entstanden ist, bla bla, und ich muss auch sagen, mir hat ja auch The Rider sehr gut gefallen von seiner Bild, Bildsprache. Oh, stimmt. Und, ja, wenn, wenn das nur annähernd so in die Richtung geht, dann darf der ruhig, das ist so dieses, diese Indie-Kamera, die, oder beziehungsweise, es ist hochwertige Kamera-Arbeit, die aber sehr leichtfüßig und, und sehr dokumentarisch aussieht, wie es jetzt beispielsweise auch beim Wrestler größtenteils immer irgendwie war. Zwar nicht so über die Schulter, aber ihr wisst, was ich meine, so, ich bin immer, ich bin immer dabei und so. Grobkörnige, grisselige. Ja, ja, genau, und von dem her, ich gehe mal auch ins Nomadland. Ich sag Darius Walski aus Sympathiegründen, und, wie gesagt, der ist ja praktisch so ein kleiner Roger Deakins, liefert immer gut ab, immer übersehen worden, ja. Es wäre lustig, wenn Darius Walski wirklich so ein kleiner Roger Deakins wäre, und der würde auf dem Oscar-Teppich neben einem normalgroßen Roger Deakins überstehen. Er ist der erste, der Martin Scorsese unter den Kameramännern. Genau. Okay, machen wir mal weiter, und jetzt kommen wir so langsam so in die Richtung, wo es vielleicht auch zu Diskussionen kommen könnte, und Überraschungen. Es geht um das beste adaptierte Drehbuch. Nominiert sind Borat, Anschluss-Movie-Film, The Father, Nomadland, Warnert in Miami und Der Weiße Tiger. Ja. Schwierig. Der Tiger ist der Bestseller, der kriegt's von mir, ich glaub, der Film ist, der würde mir nicht gefallen, wenn ich den seh, weil ich glaub, der ist mir zu, beim Trailer krieg ich schon das Kotzen, aber ich hab da so eine spezielle Verbindung zu Filmen, die in diesem Milieuspiel. Okay. Aber ich glaub, der gewinnt, der Weiße Tiger gewinnt, weil nämlich I'm Thinking of Ending Things nicht dabei ist. Ja, das, das, also Max, das war klar, obwohl, ich muss zugeben, mir war's echt peinlich, dass wir ihn vorhin, als wir den Livestream geguckt haben, dass wir es echt vergessen haben. Also, das, das war schon ... Naja, die sind ja auch bei der Verkündung der Nominierung ja auch durchgerusht, als hätten sie 30 Red Bull Intos gehabt, also von daher ist das schon okay. Ja. Ähm, ich würde sagen, ich, ich glaube, Warnert in Miami wird's, ich glaub, es wird sein Pseudo-Oscar werden, äh, der Film war gut, äh, es ist auch vor allem ein Film, wo man auch das Drehbuch merkt, um es, also, nicht böse gemeint, aber das ist ein Drehbuchfilm, finde ich, ähm, deswegen würde ich sagen, Warnert in Miami. Also, Drehbuchfilm heißt für dich dann so ein bisschen, man hört in vielen Sequenzen oder gerade in den vielen, vielen, vielen Dialogen, äh, hört man die Drehbuchseiten rascheln. Ja, mehr halt eben, es ist ein, ein Dialogfilm. Es ist ein Film, der lebt von seinen Dialogen und von den Darstellern und so viel ich weiß, äh, okay, einer ist, glaub ich, nominiert, ähm, aber, ja, ich glaube, es wird Warnert in Miami werden, äh, es wäre auch verdient, White Tiger hab ich nicht gesehen, Nomadler nicht gesehen, Farber nicht gesehen, Borat Anschluss, Moviefilm habe ich gesehen, äh, äh, ich hab's noch nicht kannte, der überhaupt mit deinem Buch hat. Ja, das ist das Ding, das war immer als erstes gefragt, da ist doch 80% von improvisiert. Ja, Moment, 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 der erste Borat hatte auch eine Drehbuchnominierung damals. In der Tat. Ja, wie? Die Mehrheit ist doch klar improvisiert. Also, was, was ich sagen kann bei dem Borat, und das hab ich ja auch in unserer Besprechung damals gesagt, dass, äh, ich es bemerkenswert finde, wie dieser Film die Corona-Pandemie, die ja eigentlich zum, zum Aus oder zum Drehstopp hätte führen können, wie die das in den Film integriert haben, in die Geschichte und, äh, es am Ende wirklich rund wirkt, was das angeht. Und das fand ich wahnsinnig bemerkenswert, und, äh, das könnte einer der Gründe dafür sein. Äh, und natürlich auch, dass man, ja gut, wie gesagt, den ersten hat man auch schon nominiert. Da weiß ich halt auch nicht, wie man, wie man da Drehbuch beurteilt. Also, da stehen auch deutlich mehr Namen als nur Sacha Baron Cohen, schon wie beim ersten Mal. Die dann alle vorlesen zu müssen. Das war immer sehr lustig. Ja, mich stört eher das adaptiert, weil ich kenn zum Beispiel, ich, wenn ich in die Buchhandlung laufe, hab ich noch nie jemanden gesehen, hab's hier den Borat da. Ja, nee, es ist, es ist aber, äh, es ist ja ein Sequel, und es baut auf etwas auf, was schon vorher da war, darum geht das, glaub ich. Okay, das erschließt sich mir nicht. Ich erhebe Einspruch. Was wirklich total lustig war bei der Bekanntgaben-Nominierung, die haben halt die Titel immer ausgesprochen und alle Autoren, und als dann Borat genannt wurde, haben sie halt wirklich den amerikanischen Originaltitel genannt, der halt L. Lang ist, und der hat ja auch gefühlt irgendwie gefühlt Nummer 30 Autoren mit dem Boot. Das war lustig. Wir dachten eine Zeit lang, der Stream ist abgekackt, aber nein, sie waren nur dabei, äh, halt die ganzen Namen vorzulesen. Das war jetzt interessant. Die arme Sau, die dann bei der Verleihung die Kategorie präsentieren muss. Ja, da merkt man, aber dann machen sie, dann machen sie praktisch den Umschlag auf, und dann ziehen sie da so ein DIN A-Nullblatt irgendwie raus, oder so eine Rolle wie früher in so einem Mittelalter-Film. Also ich sage ja auch, wie Stu meinte, One Night in Miami ist ein Drehbuchfilm, das gleiche würde ich aber über The Father auch sagen. Dialoglastig und halt auch das Konzept, deswegen schwanke ich zwischen den beiden und kann mich da nicht schaffen. Dann mach doch du den Father. Dann nehme ich den Father, verdammt nochmal. Ich sage One Night in Miami, wobei The Father ist halt so ein typisches Kammerspiel. Ich freue mich wahnsinnig auf den, muss ich sagen. Äh, finde es schade, dass wir den noch nicht gesehen haben, den möchte ich unbedingt besprechen als großer Anthony Hopkins Fan, aber ich gehe dann auch auf One Night in Miami allein schon wegen, äh, weiß ich nicht, gesellschaftlicher Relevanz und so weiter. Gut, kommen wir jetzt zum besten Original-Drehbuch. Da sind nominiert Judas and the Black Messiah, Minari, Promising Young Woman, Sound of Metal und The Trial of the Chicago 7. Äh, äh, ich, ich gehe auf Minari, wie gesagt, ich werde mir morgen angucken, ähm, Sound of Metal würde ich mir wünschen, The Trial of the Chicago 7 ist ein Aaron Sorkin-Film und Drehbuch, also da, äh, wäre es durchaus möglich, dass der auch gewinnt, aber ich glaube, vielleicht Minari. Einfach so ein Gefühl. Ja, aber Aaron Sorkin fürs beste Drehbuch zu nominieren, ist mittlerweile so wie Steven Spielberg für die beste Regie zu nominieren. So, hä, hey, bist du mal wieder hier, nett, ja, hol dir einen Snack und so. Ich hoffe, dass der eines Tages den Oscar gewinnt und seine Rede im Gehen abhält. Walk and, walk and fank, walk and fank. Ja, immer prüft, Duncan. Prüft. Aber können wir, äh, wo wir gerade bei Walk and Talk sind, können wir mal bitte kurz über den Film sprechen, der hier nicht bei ist und wo ich echt angepisst bin. Ah! Naja, gut, ja. Ja, du meinst Mank, ne? Think she thinks. Ja, ich meine Mank. Also. Ist schade, wirklich schade. Ähm, das Problem ist aber einfach, ich hab halt zwei der fünf Filme, äh, gesehen und deswegen möchte ich mir nicht anmaßen, jetzt einen Film da jetzt irgendwie, äh, rauszuwerfen, um da Mank reinzusetzen. Ne, darum geht's nicht, aber dass der halt nicht mal, äh, dass der halt nicht mal wirklich beachtet wird. Also, das kann doch nicht wahr sein, der ist, ich meine, gut, man kann mich da gern korrigieren, aber für mich war der, äh, also Trial of the Chicago 7 war toll, ist halt ein Aaron Sorkin-Film, aber Mank war halt wirklich ein, ein, ein Dialog fest, absolut, präzise ausgeführte Dialoge und das von jemandem, der auch kein ausgewiesener Drehbuchautor ist und es wäre einfach eine schöne Note gewesen, äh, dem Film, der den Film referiert, der, äh, bei allen Kategorien damals übergangen wurde, außer bei Drehbuch, dann hier auszuzeichnen oder zumindest zu nominieren und das ist irgendwie scheiße, also Jack Fincher hätte Posthum hier auftauchen müssen, es tut mir leid. Ja, du ärgerst dich vielleicht so sehr darüber, einerseits, weil du findest, das ist ungerecht, aber andererseits, weil du auch fest davon überzeugt bist, dass der in allen Kategorien leer ausgehen wird und genau das glaube ich ja eben nicht. Ich glaube einfach, Dominik möchte einfach, dass, ähm, 25. April zwei Leute Posthum Oscar bekommen. Ja. Oh, okay, ja, bei allen anderen ist es ja auch sicher, ja. Ja. Ich sage, äh, das entscheidet sich hier zwischen Minari und Judas and the Black Messiah, wegen Relevanz und, äh, kultureller Relevanz und politischer Relevanz, ähm, und, ja. Weißt du, was ich sage? Ich sage, promising young woman. Pff, nee. Ich glaube, da, ich weiß zwar nicht, äh, der soll eine gute Story haben. Der ist ein Debüt, darf man auch nicht vergessen, ne? Ja gut, also so, was, äh, gesellschaftliche Themen betrifft, ist der eigentlich mindestens genauso relevant, sollte man sagen. Der, ich glaube, die, die, äh, mein Bauch sagt mir, der gewinnt, das ist so ein, das, das ist mein Bauchtipp, ist das. Okay. Ja, mein Bauchtipp bei auch Minari, also von daher ist das. Das ist, das ist auch ein Autorenfilm, das darf man auch nicht vergessen, promising young woman, ne? Also, Drehbuch und Regie, ne komplette Newcomerin. Hm. Ja, schon. Das, die könnte so eine Art, wenn man mal auch so denkt so an, ja gut, den hat sie zwar nicht gedreht, aber, äh, denk mal an zum Beispiel sowas wie Diablo Cody und Juno damals, ne? Also, ja, wenn Emerald Fennell aber genau so eine Eintagsfliege wird, dann gute Nacht. Oh, also, da möchte ich immer die Diablo ein bisschen Schutz nehmen, also sie hat danach nicht nur Scheiße gemacht, also, äh, Janne Fosbordi ist großartig. Oh, wollt ihr jetzt, ich wollt ihr ja wirklich Janne Fosbordi verteidigen? Bitte nicht. Ja, ich fand ihn jetzt auch nicht gut, aber das klang jetzt so, als hätt ihr danach nur Scheiße gemacht und das stimmt jetzt nicht. Ja, hat sie, weil sie das hat. Taras Welten. Genau, Taras Welten war so großartig, Janne Dold war auch unglaublich gut, also, nein, Christopher, das ist, äh, unberechtigt. Okay, ich würd sagen, kommen wir zu bester Nebendarsteller, bevor der Christopher noch irgendwelche anderen, äh, unsinnigen Äußerungen macht. Und bei bester Nebendarsteller war die erste große Überraschung für mich, also, wo ich mich auch gefreut habe. Also, kommen wir dazu gleich. Ich freue mich wahnsinnig, wirklich wahnsinnig, dass Paul Racy nominiert ist, sensationelle Rolle, unglaublich gut gespielt, wirklich grandios. Ich glaube aber, er wird nicht gewinnen. Ich glaube, es wird Sacha Baron Cohen. Nein. Ich sag, nein. Es ist irgendwie, weil der Mann, der Mann wurde hier nominiert, weil er halt momentan wieder hip und angesagt ist und man, man will ihn irgendwie dabei haben. Das ist so eine, das ist so. Man wollte ihn nicht für Borat nominieren. Ja, das ist, das ist irgendwie so, die männlich, das männliche Pendant zu den ganzen Jennifer Lawrence Nominierungen in den letzten Jahren. Ist halt hip, deswegen wollen wir ihn dabei haben. Äh, ich, ich sag, es wird, äh, Leslie Odom Junior, sag ich mal. Hm. Nur die Kategorie ist ja kontrovers, ne? Weil viele regen sich darüber auf, weil, äh, Daniel Kaluuya spielt ja eigentlich die Hauptrolle in Judas and the Black Messiah und hat hier in der Kategorie eigentlich nichts verloren, sagen viele. Haben, haben, äh, das, wäre eben eine Frage gewesen, ist Judas and the Black Messiah der Film ohne Hauptrolle, in dem nur zwei Nebenrollen spielen oder wie? Ein Ensemble. Aber das ändert nichts daran. Also ich muss sagen, ich freue mich für Danny Kaluuya, das ist ja bereits seine zweite Nominierung nach Get Out. Ich mag den Mann total gerne. Äh, ich freue mich auch für Leslie Odom Junior. Äh, den ich sogar noch aus Person of Interest kenne und, äh, der hier, äh, One Night in Miami, also, ja gut, das, was ich von dem Film gesehen hab, das, äh, fand ich tatsächlich toll von seiner Seite. Worüber ich mich so ein bisschen wundere, also nichts gegen Sacha Baron Cohen, aber warum taucht hier nicht Eddie Redmayne auf? Äh, aus Trial of the Chicago 7, weil der wirklich mal ein amerikanischer Akzent zu dick aufgesetzt ist. Äh, vielleicht ist das ja hier mit Daniel Kaluuya und Lakeith Stansfield so, wie damals mit John Travolta und Samuel L. Jackson in Pulp Fiction. Waren, meine ich, auch beide als Nebendarsteller nominiert, weil alles in allem ist Pulp Fiction ja ein Ensemble-Film, obwohl die beiden eine Menge Screentime haben. Weiß ich gar nicht. Aber ja, ja gut, es ist ja, sagen wir mal, es ist ja auch sinnvoll, das so zu machen, sagen wir es mal so, von dem her. Ich hätte jetzt bei, anstatt Sacha Baron Cohen hätte ich den Anwalt, der, den hätte ich da genommen. Oh, äh, äh, Mark Rylans. Mark Rylans. Aber der hat ja eh schon einen Kohn. Von dem her, ich gebe meinen, meinen Nebendarsteller gebe ich an, äh, komm, ich gebe ihm an Paul Racy. Ja. Weil der kein Schauspieler ist, von dem her. Ja, aber, ja gut, also mal, wenn man jetzt überlegt, eigentlich hätte echt Mark Rylans noch auftauchen müssen. Ich meine, Mark Rylans ist ja gefühlt irgendwie jedes Jahr nominiert, seit er für Bridge of Spice gewonnen hat. Äh, und er war auch echt gut, aber Trial for Chicago 7, man hat ja auch echt einen bockstarken Cast, aber ich weiß nicht, wundert sich keiner, warum Eddie Redmayne nicht auftaucht und stattdessen Sacha Baron Cohen. Wie gesagt, guck dir den im Englischen mal an, der, der amerikanische Akzent von Die Mercedes aufgetragen hat, aber wie gesagt, du hättest ja jeden nominieren können irgendwo. Ja. Ja, es ist auch ein Ensemble-Film, äh, Chicago 7. Ja gut, jetzt, jetzt nicht unbedingt Joseph Gordon-Levitt, dafür hat die Rolle zu wenig hergegeben. Craig Denguella. Ja. Ja, das wäre auch. Die Nerv... Ja. Der war, der war echt ein Highlight. Die vielleicht nervigste Figur des letzten Kinojahres, absolut, wäre gut gewesen. Okay, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den besten Nebendarstellerinnen. Mhm. Nominiert sind Maria Bakalova aus Borat Anschluss Movie Film, Glenn Close, Hillbilly Energy, Olivia Colman, The Father, Amanda Selfridge-Mank und Ju-Jung-Jun aus Minari, äh, ich will ehrlich sein, ist mir egal, nur nicht Lenklos. Ja, das ist so ein Meryl Streep-Ding. Ja. Ja. Ey, keine Meryl Streep. Stimmt, ihr fehlt dieses Jahr, ne? Deswegen wird mir die Nominierung so komisch. Ja, weil, überleg doch mal, sie war zuletzt nur, glaube ich, in irgendeiner Serie und der Netflix-Film mit ihr, DiCaprio, Jennifer Owens und gefühlten Tausend, kommt erst dieses Jahr, Ende dieses Jahres wahrscheinlich. Also, kann hier nix sein. Ähm, was man aber noch erwähnen sollte, und das ist wirklich ein Kuriosum dieser Oscar-Verleihung, Glenn Close ist für Hillbilly Energy sowohl als beste Nebendarstellerin bei den Oscars, als auch als schlechteste Nebendarstellerin bei den, bei der Golden Himbeere nominiert. Deswegen wird sie nicht, wird sie nicht gewinnen, weil die denken, wir machen uns dann lächerlich. Na, die erschafft da an dem Tag, an dem das bekannt gegeben wird, ein schwarzes Loch und dann saugt sich die ganze Erde ein, wenn sie beides gewinnt. Stell dir mal dieses, dieses Bild vor auf dem Titelblatt einer Zeitung, sie hält den Oscar und die Goldene Himbeere gleichzeitig. Die schreit alle, die, die beschimpft dann alle und beschreibt. Ich meine, das muss man auch mal sagen, Glenn Close hat, glaube ich, noch keinen einzigen Oscar gewonnen, war nur zigmal nominiert. Sie gilt hier immer so als die, äh, äh, Loser Meryl Streep, um es mal ganz gut auszudrücken. Also, äh, also es, ich würde es Glenn Close halt wünschen, dass sie eines Tages für eine Rolle einen Oscar bekommt, aber halt nicht für diese. Nee, für sie nicht. Also, ganz ehrlich, lieber geben sie ihr da dann den Oscar für, keine Ahnung, eine Rolle, die sie vor 20 Jahren gespielt hat. Ja, für, für Albert Nobbs hat die nichts bekommen, für alles Mögliche und dann. Aber Glenn Close ist mir auch wurscht. Glenn Close ist mir total wurscht. Ich will, dass Maria Bakalova das gewinnt. Ich will ehrlich sein. War schon eine beeindruckende Leistung. Ich will ehrlich sein. Ich fand die einfach, das ist, was? Äh, ich bin da voll bei dir, Max. Ich fand die so amüsant. Ich fand den Film eigentlich nur wegen ihr so amüsant. Die ist zwar der heimliche Star eigentlich, ne? Ja. Die ist der MVP, äh, MVP eigentlich, ja. Es entscheidet sich wohl zwischen Glenn Close und Olivia Colman und Glenn Close gewinnt, weil ständig übergangen worden und Olivia Colman hat ja auch schon einen. Und, ja. Wir können natürlich all nix zu Minari sagen. Amanda Seyfried freut mich, war irgendwie abzusehen, ist jetzt nicht überraschend, aber ist doch mal schön. Ich meine, ist ja nicht so, dass die Frau nix kann, aber die ist halt ne kleine Gurkenkönigin, ne? Ja. Also, ich hab immer mal gesagt, äh, was sie am allerersten Mal machen sollte, ist ihren Agenten feuern, weil ihre Filmografie ist ja wohl wirklich das Tal des Grauens. Ja. Und, dass sie hier mal wirklich was bekommt, was, äh, ihren Möglichkeiten und Leistungen würdig ist, das ist toll. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, seid ihr bereit für ein bisschen Fremdsprache? Joch, si, Senor. Ach, wunderbar. Bester Fremdsprachiger Film. Nominiert sind Better Days aus Hongkong. Pfff, total Fremdsprachig, der Titel. Collective aus Rumänien. Ah. Der Rausch aus Dänemark. The Man Who Sold His Skin. Tunesien und Kuwades Aida. Bosnien und Herzegowina. Äh, also ich hab alle, ich hab noch keinen davon gesehen, aber was man so im Vorfeld gehört hat, gibt's jetzt da einen haushohen Favoriten, das zeigt sich auch gleich noch bei den, äh, bei der Regie-Kategorie. Deswegen geht mein Pick ganz klar an der Rausch, äh, von Thomas Winterberg aus Dänemark. Gut, meine auch. Rausch, Rausch, Rausch vom Rausche. Rausch. Ja, du, du, da, da, da musst du schon vom Namen her, ne? Ähm. Was ich noch, äh, dazu ergänzen kann, dass, ähm, wir hier ähnlich wieder wie, wie letztes Jahr, was haben, ich weiß gar nicht, war das auch aus Rumänien, diese wunderbare Doku Land des Honigs, die uns ja während der Verleihung mit ihrem Trailer eigentlich ziemlich genervt hat, aber die ziemlich fantastisch ist, die kann ich nur empfehlen. Mazedonien, glaub ich. Genau, ah, Mazedonien. Aber wir haben hier wieder so einen ähnlichen Fall, also zwar nicht dasselbe Land, aber Collective ist eine Doku, die sowohl als beste Doku als auch als bester fremdsprachiger Film nominiert ist, ne? Ja, diese Kategorie ist immer für Überraschungen gut. Man würde jetzt sagen, es ist der Rausch, weil Prestige und Thomas Winterberg und Mats Mikkelsen, das ist der prominenteste Film hier in diesem Bereich. Aber ich erinnere mich da dunkel an den großen Aufschrei von vor 20 Jahren, als die fabelhafte Welt der Hameli auch mal der prominenteste Film war in ihrer Kategorie, bester ausländischer Film und dann gewann irgendein Kriegsdrama aus Bosnien-Herzogowina. Also, Wunder gibt es in dieser Kategorie immer wieder. Ach, da fällt mir ein, was ich ganz vergessen habe, äh, Aufschrei, schon wieder kein deutscher Film nominiert. Gut, hätten wir es auch abhandelt. Oh, wie fühlst du, wie konnte das passieren? Sehr schade um, äh, und morgen die ganze Welt mit, äh, der tollen Maler Ende, ja. Ja, aber ganz ehrlich, die Hollywood-Leute, die wollen diese Scheiße aus Deutschland auch nicht mehr sehen. Also, mit, mit diese, immer diese, diese, keine Ahnung, wir, entweder verfilmen wir Nazis oder RAF, kein Bock mehr drauf, echt. Nö, aber das ist der ja gerade nicht. Der trifft eigentlich sehr gut den, den Zeitgeist momentan. Das ist eigentlich echt ein wichtiger Film. Auch, äh, den Zeitgeist treffen tut Animation. Denn Animation ist hip, modern und cool. Und deswegen kümmern wir uns, geht es jetzt um die besten Animationsfilme. Nominiert sind Onward, keine halben Sachen, die bunte Seite des Mondes, Schonderscharf, Ufo-Alarm, Soul und Wolfwalkers. Offensichtlich. Okay, äh, kann ich zuerst anfangen? Nein, warte, okay, äh, Hände hoch, wer glaubt, dass es Soul gewinnt? Naja, du siehst meine Hand nicht, aber ich hebe sie in die Höhe. Okay, jetzt darfst du doch. Ja, komm, also das ist mal wieder so ein Ding. In, in dieser Kategorie gibt's eigentlich so gut wie nie Überraschungen. Ich gebe, ich gebe meine Stimme Klaus. Noch im Nachhinein, ja. Ey, der war so gut, der hat. Ja, der ist fantastisch gewesen. Aber dieses Jahr, also Onward habe ich vor einiger Zeit jetzt nachgeholt. Auf Disney Plus, äh, ja, der ist nett. Aber gegen Soul stinkt der ab. Die bunte Seite des Mondes habe ich noch nicht gesehen. Der ist ja, glaube ich, von Netflix, ne? Ähm, was ich aber gesehen habe und wo ich hier echt richtig angenehm überrascht wurde, ist Sean das Schaf-Ufo-Alarm, weil der Film ist von 2019. Und ich, also klar, der kam natürlich später in den USA raus, aber ich denke mal, dass der pandemiebedingt irgendwie noch später rauskam. Und, äh, jetzt hier gelandet ist, was ich sehr, sehr schön finde. Wolf Walkers muss ich noch sehen, aber mein Favorit ist tatsächlich Soul. Ja, also sind wir da, Uli Sono, der Meinung, Soul, äh, gewinnt. Ich habe auch nur zwei gesehen, ne, noch zwei gesehen, Soul und Onward. Onward hat es definitiv nicht verdient. Ich höre viel Gutes über Wolf Walkers, das sei mal erwähnt. Aber ich glaube, Soul war einfach ein sehr guter Film, auch technisch gesehen. Äh, ich glaube ja, beim Animationsfilm, bester Animationsfilm, da auch, wird auch geguckt, so wie ist der animiert und wie viel Arbeit steckt dahinter. Und, äh, es ist die Fingeranimation dieses Jahr, was den Ausschlag geben wird. Ja, ja. Bei Soul habe ich das Licht auch ziemlich geflasht, also wie sie Licht einsetzen. Aber gut, äh, wir sind uns einig, deswegen schnell, schnell zum nächsten. Wir überziehen nämlich gerade hier heftig. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Bester Hauptdarsteller. Äh. Jetzt kommt wieder Sound of Metal, ja. Ich hab den Favoriten, aber der wird's nicht werden. Ich hab den Favoriten und ich weiß aber, wer gewinnen wird. Okay. Bester Hauptdarsteller. Nominiert sind, äh, Riz Ahmed, Sound of Metal, Chadwick Boseman, Ma Rainey's Blackbottom, Anthony Hopkins, The Father, Gary Oldman, Mank und Steven Joyn, Minari. Jan. Ja. Danke. Ähm, Leute, komm, also, ich hab Ma Rainey's Blackbottom nicht gesehen und ich halte Chadwick Boseman bei einem großer Darsteller, ein sehr talentierter junger Darsteller. Äh, okay, außer Black Panther war jetzt nicht so, aber so Sachen wie, äh, äh, 42 oder dieser Get On Up, da hat er wirklich geglänzt und ich glaube einfach sehr sicher, dass der den Oscar gewinnen wird, Posthum. Ähm, mein Herz schlägt ganz klar für Sound of Metal, aber ich glaube, es wird Chadwick Boseman. Gut, ich nehm dann, ich nehm Riz Ahmed und dann können wir doch mal fighten. Vielleicht holen wir den Punkt. Wir haben hier zwei Veteranen, die schon gewonnen haben, die kannst du eigentlich sofort aus dem Spiel kegeln. Die sind halt, äh, natürlich dabei, weil sie tolle Leistungen gebracht haben, aber auch natürlich wieder wegen der Prominenz. Steven Jan ist halt bedacht, weil Minari im Allgemeinen sehr bedacht wurde, das ist halt ein Festival-Liebling gewesen. Das gleiche gilt für Sound of Metal, aber, ja, es wird Chadwick Boseman. Also, das ist, es ist eigentlich, neben Soul im Bereich Animation, ist das der zweitsicherste Pick der ganzen Verleihung, würde ich sagen. Ja, es ist irgendwie, also, er hat ja auch schon ein Golden Globe-Postum bekommen und Chadwick Boseman, das ist ja irgendwie natürlich auch ein Tribut, Postum und so weiter. Anthony Hopkins finde ich toll, dass er nominiert ist. Ich freue mich wahnsinnig auf diese Performance. Gary Oldman hätte ich es echt gegönnt. Ich glaube, auch der wäre es geworden, wenn Chadwick Boseman nicht da wäre. Also, weil Gary Oldman menkt, das ist eigentlich eine der Performances von ihm gewesen und das ist echt schade, dass die jetzt irgendwie so ein bisschen untergeht. Generell der ganze Film so ein bisschen, also, der führt zwar die Nominierung an, aber ich bleibe dabei, der wird nichts bekommen. Okay. Kommen wir zu den besten Hauptdarstellerinnen. Nominiert sind Viola Davis, Ma Rainey's Black Bottom, Andra Day, The United States vs. Billie Holiday, Vanessa Kirby, Pieces of a Woman, Frances McDermott, Nomadland und Carey Mulligan, Promising Young Woman. Carey, Carey, Carey. Ganz ehrlich, mein Bauchgefühl sagt auch Carey Mulligan. Echt? Ja. Crazy. Ja. Aber durch diesen ganzen Hype, glaube ich, dass halt Frances McDermott da durchaus auch ein Mitspracherecht hat. Ja. Aber auch bei Viola Davis ist so eine Sache. Und Vanessa Kirby auch. Ich finde das echt schwer in der Kategorie. Also mein... Ja, ich finde, dass dieses... Mein Bauch sagt Carey Mulligan, aber so, äh, mein Kopf sagt so, nee. Die Sache ist die, du musst, wir müssen jetzt unterscheiden zwischen, wurde der Film gehypt oder wurde die Performance gehypt? Nomadland wird als Film sehr gehypt. Frances McDormand's Leistung darin auch, aber der Film mehr als sie. Und sie hat ja schon gewonnen. Viola Davis hat auch schon einen. Vanessa Kirby, ja, aber Pieces of a Woman, der kam im Allgemeinen halt nicht so gut weg, wie sich Netflix das vielleicht vorgestellt hat. Und von dem anderen da, Andra Day, von der und dem Film habe ich noch nie was von dir gesagt. Ich habe keine Ahnung, was ich da hingehörte. Die kriegt übrigens meine Stimme, weil ich habe nämlich durchgehört, dass die so ein bisschen die, äh, der Underdog ist. Die, die Judy vom letzten Jahr ist. Aber Carey Mulligans Performance wurde sofort in den Himmel gelobt, wann immer irgendwo Promising Young Woman in einem Gespräch aufkam. Ja, aber Vanessa, Vanessa Kirby auch. Und Vanessa Kirby, muss man sagen, ist das mit Abstand stärkste an Pieces of a Woman gewesen, ne? Ja, aber Carey Mulligan ist auch, da ist auch wieder mal so ein Fall von, ist schon länger im Geschäft, war auch schon mal nominiert, ist ausgesprochen populär, liefert immer ab. Das ist so, so ein Fall von, jetzt ist es langsam mal an der Zeit. Ja, Vanessa Kirby ist aber auf der anderen Seite jemand, die hast du eigentlich bisher größtenteils in Blockbuster-Quatsch gesehen, in Nebenrollen. Ganz ehrlich, vor The Crown hat die niemand gekannt. Ja, eben. Die ist noch relativ ruhig dabei. Ich kenne die heute noch nicht, obwohl ich Pieces of a Woman gesehen habe. Kenne ich die nicht. Die war, ja, wo war die drin? in Hobbes and Shaw und, und Mission Impossible. Ja, Mission Impossible 6, da war sie, durch die Rolle war sie dann auch mal kurz im Gespräch als Catwoman in The Batman. Aber Pieces of a Woman, da zeigt die echt, was in ihr steckt. Also, allein schon die, die ersten Minuten dieses Films sind der Wahnsinn, was die da abliefert. Ich sage aber auch Frances McDormand. das sagt irgendwie mein Kopf und mein Bauch zugleich. Und es ist dann auch scheißegal, ob die dann damit inzwischen den dritten bekommt. Das ist, weiß ich nicht. Also halten wir jetzt fest, zweimal Carrie Mulligan, einmal Frances McDormand, einmal Andra Day. Ich sage, mein Bauch sagt Carrie Mulligan. Ich glaube auch, dass es Frances McDormand wirkt. Oh! Ernst? Nein! Ich freue mich für Vanessa Kirby. Carrie Mulligan wird's. Gut. Dann kommen wir jetzt zu einer Kategorie, die früher immer sehr männerdümliert war. Und jetzt haben sich zwei Frauen einfach so eingeschlichen. Wie können sie es wagen? Was erlauben sie sich? Wirklich? Also, wirklich, unglaublich. Mit dieser Männerdumme, Ende. Keine von denen ist Olivia Colman. Ja. Wir reden über die beste Regie. Und da gibt es eine Überraschung, eine positive Überraschung, nämlich Thomas Witterberg ist nominiert für der Rausch. Außerdem nominiert sind noch David Fincher für Mank, Lee Isaac Chung für Minari, Chloe Zhao für Nomadland und Emerald Fennel für Promising Young Woman. Okay. Fangen wir an mit der schönsten Überraschung des Ganzen. Die Regie-Nominierung für Thomas Witterberg ist einfach nur feiernswert. Der wird's von mir sofort kriegen. Der würde ich sagen, für alles, was du bisher gemacht hast. Ein Oscar. Aber wird nicht passieren. Also von dem her. Wobei ich es echt komisch finde, dass die, also das ist die, das ist echt die überraschendste Überraschung, glaube ich, die ich mitbekommen habe in dieser gesamten Nominierungswelle. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Ich auch nicht. Die überraschendste Überraschung, die jemals überrascht hat. Vor allem der ist ja noch gar nicht so, ich glaube, der lief irgendwie erst vor einem Monat auf einem Filmfestival, der Rausch. Aber wird seitdem irgendwie ordentlich durchgefeiert. Nee, ich meine, der lief letztes Jahr schon auf Filmfestivals. Ich meine auch, der lief letztes Jahr schon auf irgendeinem Kölner Festival. Aber nicht in den USA, das meine ich. Die müssen ja in den USA gelaufen sein. Die müssen ja immer zwei Wochen in bestimmten Kinos gelaufen sein. Wobei sie das jetzt schon aufgebrochen haben. Ja gut. Aber der Rausch ist typischer Festivalliebling, aber das Thomas Winterberg, also Chapeau, wirklich. David Fincher hätte es auch verdient, so langsam wird leer ausgehen. Minari kann ich nichts zu sagen. Es wird Chloe Zhao eindeutig. Glaube ich auch. Ja. Es wird Fincher wegen überfällig oder Chloe Zhao, weil Nomadland anscheinend wirklich so gut ist. Weil der ja alles abgeräumt hat an möglichen Punkten. Sie hat schon den Golden Globe gekriegt, obwohl. Ja, dann wird es wird sie. Wenn sie es nicht wird, dann auf alle Fälle Fincher, aber ich glaube auch, es wird sie. Ja, so oder so freut sich Marvel, weil Ende des Jahres kommt ja Eternals raus. Das wird Marvel sehr freuen. Das verfilmt die. Ja. Ja. Wie, 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 wie? Die Regisseurin von The Rider, also du kannst davon ausgehen, während Eternals immer noch in Postproduktion ist, hat sie Nomadland gedreht wahrscheinlich. eigentlich. Oh, boy, was ist das für eine Welt? Was, die, dreht den. Ja, zum dritten Mal. Ja, hat den schon gedreht. Max, heutzutage in diesem Business ist es für viele Beteiligten immer sehr, sehr wichtig, eine Balance zwischen Kunst und Kommerz herzustellen. Nur weil sie den jetzt dreht, heißt das ja nicht, dass sie danach nicht wieder ein Projekt wie Nomadland Ich bin da auch gar nicht wegen, ich kann mir das sagen, ich würde jetzt gern einen Marvel-Film sehen, der im Stil von The Rider wäre. Ja, sowas ähnliches passiert ja jetzt schon wieder mit Black Widow. Check da mal die Regisseurin aus, Kate Shorten, das passt auch so überhaupt nicht zu dir. Bei Shang-Chi hier, Danny Destin Cretton, ein Indie-Liebling, also, ne? Der Regisseur von Ach, Leute, ich bin zu alt für diesen Scheiß. Also, okay, äh, ich nehme übrigens David Fincher. Okay, dann haben wir, und dann wird sie die ganze Welt drüber aufreden. Das heißt, wir haben jetzt dreimal Miss Sao und einmal Mr. Fincher, ne? Ja. Okay. Die alte Sao. City-Fan, sagt gar keiner was? Äh, nee, Ja, von mir kriegt's schon den Drehbuch, Oskar, gell? Also, dann liegt's an euch, wenn sie weint, dann liegt's an euch. Okay, Leute, wir haben's fast geschafft, bester Film. Seid ihr bereit? Ja. Okay, nominiert sind The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal und The Trial of the Chicago 7. Ich glaub, der günstigste von denen. Da müsste ich jetzt mal nachschauen. Äh, also ich sag, ich gewinn, wird, glaub ich, Nomadland. Sound of Metal freut mich total, dass der nominiert ist. Hätte ich nicht mit gerechnet, bin ich ehrlich. Ist ein Hammer, ist ein Hammer. Aber ich glaube, dass der da definitiv leer ausgeht. Ich bin mir sehr sicher, dass Nomadland, äh, Land, am Ende des Abends, äh, steht da die oder der Produzent, Produzentin und hebt den Oscar in die Höhe und, äh, um, ja. Und ich geh dann ins Bett und denk mir, warum hab ich mir die Verleihung schon wieder angeguckt? Jedes Jahr dieselbe Scheiße. Na, eben nicht immer dieselbe Scheiße. Vor ein paar Jahren hätte ich doch gesagt, irgendwie, das muss so ein prestigeträchtiges Hollywood-Ding gewinnen. Nein, nein, also. E-Bank oder Chicago 7. Aber seit letztes Jahr, seit Parasite, ist wirklich alles. Nein, das meine ich damit. Ich meine damit, die Verleihung an sich, die ist halt immer stundlangweilig. Ja. Das kann natürlich sein, ja. Ja. Und ich sag natürlich auch Nomadland in dem Fall. Ach, Leute, ich will nicht Nomadland sagen. Ach. Aber es wird, es wird Nomadland. Ja, äh, Ich würde ja gerne Judas and the Black Messiah sagen, weil den habe ich noch gar nicht genannt. Ähm, deswegen nehme ich, äh, Gott ist es zum Kotzen. Es ist halt komisch, was das für ein Spielfeld dieses Jahr ist. Es ist eine supergute Auswahl, weil, Ja, aber in den Jahren davor, da würde Nomadland immer so ein Film sein, der halt, äh, Kritikerliebling, aber den haben halt zu wenig Leute gesehen und der kann nicht in anderen Kategorien absahnen. Das ist halt nicht so ein großer Crowdpleaser. Also in den Jahren davor hätte man gesagt, der kann sich über die Nominierung freuen. Das ist dann sowas wie Winter's Bone mit Jennifer Lawrence. Ja, ja, ja. Ja. Du schaust mal, wie viel Sound of Metal Budget hatte. Ja, aber Okay, die, die, ich gebe's, ich gebe's, ähm, Ähm, Judas and the Black Messiah. Ganz ehrlich, Max ist immer so rebellisch drauf. Ganz ehrlich, ich bin froh, dass der nicht im Kommentier vom Nobelpreis sitzt. Der wird dann, glaube ich, einfach sitzen und sagen, so Donald Trump. Ernsthaft? Ja, Donald Trump. Nee, Gott. Hey, Leute, Leute, ich bin, ich bin, nein, 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 nein. Das weiß ich weit von mir. Das weiß ich extrem weit von mir. Ich bin Wissenschaftler durch und durch. Und deswegen, meine Wahrscheinlichkeitsrechnung, die ich jetzt hier ganz schnell auf der Innenseite meines Arms getätigt habe, ähm, ergibt Trial of the Chicago 7. Ja, okay, das ist durchaus auch, glaube ich, es kam eine 7 wo unten war raus, okay. Okay. Ja, nee, ich, ich sag Nomadland, das ist der, der Favorit, die anderen, ja gut, ich, ich kann dazu meistens nichts sagen, Menk würde ich mir wünschen, äh, Trial of the Chicago 7 fand ich dafür ehrlich gesagt nicht stark genug, es ist ein guter Film. Aber die sind doch nie stark genug, diese Filme sind die nie stark genug. Ja, aber bester Film, du hast in den letzten Jahren so ein, so, so, so Außenseiterplätze, denk an Moonlight, denk an Spotlight, denk an, ja, Moonlight wäre Sound of Metal. Ja. Oder? Ja, also wir sind eigentlich nicht mehr in dieser Zeit, wo das ganz typische Oscar Bait auch gewinnt. Aber Shape of Water ist Trial of the Chicago 7. Parasite. Ja, Shape of Water, also komm. Shape of Water ist eine ganz andere Kategorie, aber sowas wie früher, dass sowas, so ein abgewichstes Oscar Bait wie A Beautiful Mind gewesen wäre, das hast du nicht mehr. Ja, das ist, aber es zieht auch keine mehr Schlaghosen an, also von dem hier. Ja, okay. Ich glaube, wir haben es letztendlich geschafft und sind durch. Ich möchte hier noch kurz anmerken, Menk hat zehn Nominierungen, damit ist Netflix ganz vorne mit dabei. Sechs Nominierungen hat Minari von H24, Son of Metal von Amazon, Judas and the Black Messiah von Warner, Nomadland von Searchlight Pictures, also Disney und halt Trial of the Chicago 7 ebenfalls Netflix. Das sind die großen Frontrunner. Wow. Das war eine Entwicklung, die man hat kommen sehen und durch Corona ist es halt wieder schneller gegangen als gedacht. Ich bin ja gespannt, wenn man angenommen so in zwei Jahren diese ganze Corona-Kacke hoffentlich endlich vorbei ist und alles wieder normal läuft, dass wir dann wirklich auch wieder so Filme haben wie Imbuted from Mind 2 oder solche Sachen. Oh, so ganz typischer. Oder Yes Day. Es freut mich aber so oder so, zum einen, dass hier wirklich Filme nominiert worden sind, die ist, also wo ich glaube, die haben es verdient, aber damit habe ich nicht gerechnet, wie zum Beispiel Sound of Metal und vor allem ist es schön, weil die dadurch so ein bisschen Publicity abbekommen. Das ist nicht schlecht und es freut mich vor allem, dass ich mit euch jetzt über die Nominierung casten konnte, aber ich würde den Cast jetzt gerne aufhören, weil ansonsten sind wir fast so lange mit den Oscar-Verleihungen und wahrscheinlich noch langweiliger als diese und das ist dann auch doof. Da hast du jetzt aber das mit einem sehr positiven Schlusswort beendet. Ja, ich habe im Prinzip gesagt, ich finde euch alle scheiße. Das ist meine Art von Humor. Und die Oscars auch, ja. Genau. Und du wirst trotzdem wieder davor sitzen? Vermutlich ja, ich hasse mich dafür. Jedes Jahr. Jedes Jahr dieselbe Kacke, wirklich. Jedes Jahr. Also, ich freue mich. Aber wir kommen, ich bin nicht allein. Wir kommen wieder in, wann ist das? Fünf, sechs Wochen? Am 25, glaube ich, ne? Am 25. April. Ich freue mich mehr darauf, mir mit euch dann diese Nacht um die Ohren zu hauen, als über die eigentliche Verleihung. Ist das nicht schön? Ich freue mich auch darauf, solange der Stream nicht wieder abtragt, wie beim letzten Jahr. Das war auch ganz häufig. Aber okay. Ich merke schon, das Gerät hier wieder außer Kontrolle, deswegen Deckel drauf und gut ist. Ich sage, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das wiedererwarten gefallen hat, was wir hier tun, könnt ihr euch einen kleinen Oberdust da lassen, einfach in der Videobeschreibung mal nachschauen. Kleine Oscars. Ja, ich danke Max, ich danke Dominik, ich danke Christopher für ihr Kommen und ihre Meinungen, auch wenn einige davon falsch waren. Ich sage Tschüss und dann darf Max auch wieder sie sagen, dann Dominik und dann Chicago. Sag doch du einfach Tschüss. Sag du einfach Tschüss. Einfach Tschüss sagen. Du sagst jetzt einfach Tschüss und das inkludet uns alle. Ja, es ist immer super, wenn man den Moderator als Deppen darstellt. Danke dafür. Was man noch sagen kann. Nein, wir sagen jetzt nichts mehr. Entgegen anderen Jahrgängen könnt ihr viele Filme hier auf Streaming-Diensten sehen. Nutzt die Zeit, die noch nachzuholen bis zur Verleihung. Alles klar. Tschüss. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtischs, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.